Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Ja, und da, hallo, und jetzt willkommen zurück zu Portal 2 mit dem Blu und dem Ombre. Ja, hallöchen. Oh yeah, oh yeah. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder da. Uh, wir haben ja eins. Letzte Woche war es knifflig. Jetzt ist es auch wieder richtig lustig bestimmt. Okay, wo könnte es hingehen? Und jetzt da, das sind wir jetzt, haben wir hier noch dran, ich guck mal kurz. Das ist ein Knopf. Oh ja. Die Farbe kommt. Genau. Oh. Okay, 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 okay. Komm ich schon irgendwie hinter den Knopf, weil... Und was ist, wenn... Ähm... Komm mal zurück, bitte. Oder wir können das so machen, das geht natürlich auch. Das ist über 20 Eckenmacher. Ja, aber da muss ich ja, aber dann mache ich das so, und dann mache ich das nämlich dann da. So, und da fahre ich auch noch. Das war clever. Oh ja, du hast du da raus keine Wissenschaft. Du hast den Sinn gefunden, bestimmt, du dich meine, ne? Du hast einen Eingang, da einen Ausgang, dann mache ich... Dann muss ich ja dort, das geht ja gar nicht, hm... Okay, dann mach du einfach mal erst mal. So, normalerweise müssten wir da hinten, wo dein, wo mein Portal ist, dahin, müssten wir normalerweise... äh, das Ding hinmachen. Kann ich dich hier einfach rüberspringen? Ach, du kannst mich jetzt ja eigentlich auch einfach mal weiterleiten. Ja, das, ja. Ich hoffe's. Das ist jetzt einfach hierhin noch eins. Ja, dann ist der Strahl weg. Ja, ich springe davon hoch, du bist mal abgelaufen. Du musst jetzt hier durchlaufen, und musst dann da hinmachen. Genau, dann mache ich einfach jetzt... So, dann läuft es jetzt aber. Was bringt denn der Hinsicht jetzt... Warte mal. Ich glaube, ich denke schon richtig, aber... Na, das Problem ist, hier drüben falle ich auch runter, wenn ich das nicht mache, ähm... Ich hab den Strahl, der muss bleiben, definitiv. So, aber jetzt komme ich ja trotzdem nicht da hinten ran. So. Was wäre... Weil jetzt ist es richtig hier, weil dann könnte die Farbe auf den Laser, und dann hätten wir hier auf der Lichtschranke die Farbe drauf, und könnten springen. Was wäre, wenn du jetzt... Äh... So, jetzt habe ich den Querstreifen. Okay, dann mache ich jetzt hier hin. Also auf, springen wir kurz hoch, 3, 2, 1, Punkt. Ähm... Achso, ich muss erst mal hier hinsetzen. Ähm, warte. Achso, gut, ich brauche mal der Gang, der geht ja gar nicht weg. So, Achtung, ich lasse mal los. Jo. Oh, jetzt ist er mir wieder drunter rauslassen. Äh... Nein! So schwer ist das nicht. Sie können sich nicht allein befreien. Problem, du springst nur, wenn du in einer Bewegung schon bist. Dann springst du nach vorne. Genau. Hallo! Okay. Okay. Gelöst, blububububu. So, weiter geht's. Okay. Aber jetzt die Wirklichkeit hier hinzusetzen und da drüben irgendwie hinzusetzen. Oder hier hinzusetzen. Warte, also... Ah, da ist wieder ein Knopf. Wo ist das Rohr? Ah, da drüben irgendwo. Was heißt... Okay, dass du die Striche hier gemacht hast, bleibst du mal hier. So, danke. So. Genau, und ich drück mal knapp, ne? Ja. Okay. So. Na, jetzt musst du mir den Weg machen, oder? Genau. Achso. Gute schön. Hä? Lauf mal zurück. Lauf mal zurück. So, oder so. Ah! Tüdi-tüdi-tü. Achso, du musst du dann die Lichtschranke wegmachen. Hä? Du hast zu schnell, ich hab'n Fehler gemacht. Ja. Entschuldigung. War keine Abzüß. Ja, ja. Und du musstest dann wegmachen. Jetzt zumindest. Jetzt mach's weg, mach weg. Boah, das war zu spät. Mann, du hast eine Reaktion für eine Buslänger. Mann, hier oben, du hast echt leider anerstauscht. Das war echt leid. Okay, ich hör' dich doch grinsen, du Sack. Okay, das ist sauer Bescheid. Hm, jetzt bitte. Na! War zu früh. Mann! Warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Was ist denn, hä? Was ist denn, wenn ich jetzt einmal mal so mach? Mach einfach mal. Ich komm doch nicht hoch. Ach, weil dieser Scheiß-Streifen vor uns noch auf der Lichtschranke war, oder? Diese Tropfen. Richtig, richtig, richtig. Das heißt also, ich muss... Irgendwie ist das Knöpchen drin. So. Und du musst mein... Da hinten, da, genau. Ein Eingang und Ausgang machen. Ähm. Hallo? Machst du mit? Ich blick dir motorisch jetzt gerade. Komm ich denn jetzt da rüber? Scheibenkleister. Okay. Das ist bestimmt lustig, dass ich wieder da in die Ecke mal rauskomme oder andere wieder... Das bringt jetzt einfach nichts, was wir jetzt hier gemacht haben. Äh... Äh, na klar. Logisch. Laufen wir da weiter? Du bist ja auch immer an der Linken. Du musst hier... Du musst jetzt hier den Ausgang machen. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht durch den Laser durchschießen. So dann. Da ist doch hier eine Wand. Du hast jetzt da vorne einen Eingang, richtig? Ich hab hier... Ne, ich hab hier einen Eingang. Also hier hab ich einen Eingang. Das ist mein Ausgang. Du hast jetzt noch einen Strahl übrig. Genau. Und diesen Strahl machst du jetzt hierher. Geht nicht. Weil hier eine Laserschranke... Du läufst da durch meine... Durch mein Portal. Ach ja. Mastiert das Ding hin. Und dann? Läufst du wieder zurück. Hä? Betätest den Schalter. Und auf dein... Du hast doch zwei Portale. Wo ist denn eine zweite? Passt schon. Ich hab's schon gemacht. Nein! Woll! Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Oh. Die letzte Strecke, oder was? Huh. Glaube ich nicht, dass es jetzt die letzte Strecke ist. Jetzt wollen wir ja noch zehn, ne? Mhm. Aber wow. Herausfordernd. Interessant. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Mal nochmal. Manamana. Manamana. Okay, warte. Mal nochmal. Manamana. Manamana. Entschuldigung, jetzt. Ich befürchte es. Was befürchtest du? Dass wir dann wieder runterspringen müssen. Und dann da geht... Boing. 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 So, und du bist es jetzt so mal bitte... Hier den Eid. Genau. Ich probiere mal. Und da. Cool. Ich kann jetzt von hier oben auch noch ein bisschen mit regeln. Okay. Okay. So. Ach Gott, wie geil ist denn das? Okay. Das war jetzt aber ein bisschen easy. Muss ich sagen. War sehr einfach. Wie wichtig ist das denn im Rest, ne? Noch. Okay. Ja. Wo war das jetzt? Das war jetzt. Hey. Hey. ach, das ist vielleicht... nee, auch nicht und jetzt? ja, die Farbe so, ich will mal was machen ja, was ist das Gitter? Da kommen wir nicht weiter aber da oben ist doch die Schräge ah unten ist links, genau unten ist links, ja genau, da ist die Schräge einmal bitte Farbe so, bitte nochmal Farbe so, jetzt haben wir die Wände wieder blau das ist schön aber ich komme da trotzdem nicht hin so, jetzt bin ich oben okay so, hier ist zumindest mal der Ausgabe so, jetzt mache ich mal wo wir es hinbekommen wo wir es hinbekommen ein bisschen dieser Strahl findet nicht, scheiße ah hier noch, warte mal, hier ist noch was ach so, die kommen ja her müsste ich eigentlich hier bitte warte mal warte mal warte mal klar so, machen wir mal Farbe da daneben könnte ich auch so machen warte, ich mache nochmal Farbe warte, ich mache nochmal Farbe warte mal warte mal wenn ihr diese Strecke nicht abschließt müssen diese Menschen sterben wollt ihr das in euren Speichern haben ist die eigentlich so hässlich wieder tut sie nur so was ist denn wenn du äh das war das zum wo das rauskommt da hinsetzt wo die Blasen rauskommt äh das Wasser rauskommt wohin warte dahin mhm dann gebe ich nochmal Wasser und dann schauen wir mal wo es hinspritzt würde ich sagen, probieren wir es einfach mal ja ich gebe Wasser vielleicht isoliert er den Strom ah guck mal aha aha und jetzt müssen wir irgendwie jetzt muss das über dir anders ran machen warte aha und jetzt gebe ich Wasser so boah clever nein haha aber ja man benutzt er auf den Lichtstrahl als Wand wie geil ist das denn ich muss nochmal Wasser geben so ja okay ich sollte vielleicht zuerst an die Wand springen ach Gott wie cool haugel da hast du was ge... AAH ich muss doch die andere Wand zuerst für jetzt was war denn das jetzt ich glaube dass du was gefunden hast was hier wieder richtig gut liegt hey so ja 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 das ist nicht auch da blablablabla mhm das ist richtig vielleicht da müssen wir hier nochmal nochmal richtig spritzen richtig spritzen die obere kante auch mit ausgefüllt ist ja jetzt also reicht manchmal einmal gar nicht aha jetzt ich frage mich ob mir die menschen für diese rettung ein denkmal errichten werden keine sorge sollten sie meinen heroischen rettungsakt dokumentieren werde ich dafür sorgen dass eure namen in den fußnoten erscheinen und damit war es schon wieder kann so froh sein dass ich das nicht kann ja vielen dank für das einschalten guckt vorbei oder koop deluxe der neuer kanal ja mit dem rivaler zusammen richtig genau alles unten verlinkt und wir sehen uns einfach nächste woche wieder schaltet wieder ein bis dahin tschau tschuuuus